Soll man jetzt hier eigentlich Schluss machen? Jetzt ist der Stress in der Backstage oder so. Dann zieht man sich die Hose bis an den Brustwarzen. Man lernt schon auch Geschmack. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich regelmäßig dusche, Reihen gefüllt sind mit einer anderen Muscuri-Looker-Light. Total. Vielen Dank.